Ich freue mich, dir heute eines der besten Bücher vorzustellen, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Ich wünschte, ich hätte dieses Buch früher gelesen und ich würde sagen, dass wir direkt in die fünf größten Learnings aus dem Buch Atomic Habits von James Clear reinspringen. Das britische Fahrradteam war seit über 100 Jahren absolut durchschnittlich und in der gesamten Zeit haben sie gerade mal eine Goldmedaille gewonnen. Und das war der Grund, warum sie 2003 einen neuen Performance Coach eingestellt haben und der ist mit einer simplen Idee gestartet. Und zwar haben sie versucht, jeden Arbeitsschritt, der dazu gehört, Fahrrad zu fahren, wirklich um ein Prozent zu verbessern. Für jeden Schritt ist das eine kleine Verbesserung, aber die Summe dieser ganzen Optimierung führt wirklich zu einer signifikanten Wirkung. Und das hat dazu geführt, dass sie die Bikes redesigned haben, sodass sie komfortabler wurden. Die Athleten haben gewärmte Shorts getragen, damit die Muskeln besser arbeiten. Und am Ende haben alle Athleten auch wirklich ein individuelles Workout bekommen, um das Maximale rauszuholen. Und das waren nur ein paar der kleinen Optimierungen, die sie über die Jahre gemacht haben. Und es hat am Ende keine fünf Jahre gedauert. Da sollte der Erfolg dem Coach recht geben, denn sie haben über den Zeitraum von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt über 178 Goldmedaillen gewonnen. Drei der Athleten sind hintereinander sozusagen der Sieger der Tour de France geworden. Und was diese Geschichte unglaublich schön zeigt, ist, dass man seine Ziele eigentlich vergessen kann und ignorieren kann, sondern dass es viel entscheidender ist, welche Routinen und Systeme man sich im Alltag aufgebaut hat und dass man versuchen sollte, diese Routinen Tag für Tag besser zu machen. Und genau das habe ich mir für dieses Jahr auch vorgenommen. Ich habe genau vor zwei Wochen ein Video dazu gemacht. Monk Mode kannst du dir gerne mal anschauen. Ich habe auch wirklich alle meine Ziele über Bord geworfen und konzentriere mich nur noch darauf, wirklich in den Dingen, die ich tagtäglich tue, wirklich jeden Tag ein Prozent besser zu werden. Zusammengefasst, vergiss deine Ziele und konzentriere dich lieber auf deine Systeme und deine täglichen Routinen. Warum ist es gerade so schwierig, schlechte Gewohnheiten wie zum Beispiel Rauchen loszuwerden? Das große Problem ist, dass die meisten Menschen sich darauf konzentrieren, diese Gewohnheit zu ändern, aber nicht ihre Identität ändern. Einfaches Beispiel, du bietest einer Person eine Zigarette an und die sagt, nein danke, ich versuche gerade mit dem Rauchen aufzuhören. Diese Person ist noch in der Identität des Rauchers, die einfach etwas anderes ausprobieren will. Anderes Beispiel, du bietest einer anderen Person eine Zigarette an und die sagt höflich, nein danke, aber ich bin kein Raucher. Diese Person hat mit dem Rauchen abgeschlossen, hat diese Identität des Rauchers hinter sich gelassen und hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, nicht wieder rückfällig zu werden. Und dieses Beispiel zeigt extrem gut, dass, wenn wir eine neue Gewohnheit aufbauen wollen, wir auch die Identität ändern müssen. Das bedeutet, es geht nicht darum, ein Buch zu lesen, sondern zum Leser zu werden. Es geht nicht darum, laufen zu gehen, sondern zum Läufer zu werden. Und es geht am Ende darum, nicht ein Angebot oder ein Produkt zu erstellen, sondern zum Unternehmer zu werden. Das bedeutet, wenn du eine Gewohnheit ändern willst, musst du als erstes dir überlegen, wer du werden willst und diese Identität annehmen. Und dann musst du diese Identität natürlich mit Aktionen füttern. Das bedeutet, wenn du Leser werden willst, musst du bestenfalls jeden Tag zehn Seiten lesen. Wenn du Läufer werden willst, musst du bestenfalls regelmäßig laufen gehen. Ich habe das tatsächlich auch für mich implementiert, auf meinem Handy stehen genau diese Identitäten, dass ich ein Content Creator bin, dass ich ein Business Owner bin, dass ich ein Leser bin, dass ich Marathonläufer bin. Und das hat mir unglaublich geholfen und ist verrückt, dass dieser kleine Shift und dieses Annehmen dieser neuen Identität immens hilft. Das bedeutet, zusammengefasst, wenn du eine neue Routine aufbauen willst oder eine schlechte loswerden willst, musst du zuerst eine neue Identität annehmen. In 2001 haben Wissenschaftler 248 Menschen in drei Gruppen eingeteilt und wollten wissen, wer am meisten trainiert. Gruppe 1 wurde einfach nur gesagt, miss einfach mal in einer Woche, wie häufig du trainieren gehst. Gruppe 2 sollte nicht nur messen, sondern halt zusätzliche Hausaufgaben bekommen und Lernmaterial bekommen über die Vorteile von Training, warum es sich lohnt, trainieren zu gehen. Und Gruppe 3 musste nicht nur diese Lernmaterialien durcharbeiten, sondern musste auch ganz genau festlegen, in einem Satz, an welchen Tagen sie trainieren gehen, um wie viel Uhr und vor allem, wo sie auch trainieren gehen. Und nach einer Woche kamen die Ergebnisse rein und es war relativ verrückt, denn in Gruppe 1 und 2, die relativ lose, denen lose gesagt wurde, geht einfach trainieren, haben gerade 35 bis 38 Prozent einmal trainiert in dieser Woche. In Gruppe 3, die wirklich diesen spezifischen Satz haben, haben 91 Prozent mindestens einmal trainiert. Und das bedeutet, wenn du neue Routinen etablieren willst, kannst du diese super simple Formel benutzen. Das bedeutet Meditation zum Beispiel. Kannst du sagen, jeden Morgen meditiere ich um 7 Uhr in meinem Bett. Ja, vielleicht nicht der beste Ort dafür. Oder was weiß ich, joggen. Ich gehe jeden Morgen um 7.30 Uhr joggen. Oder du sagst, ich will Spanisch lernen. Jeden Abend um 6 Uhr studiere ich oder lerne ich für eine halbe Stunde Spanisch in der Küche. Und diese simple Formel wird dafür sorgen, dass du die Routinen viel, viel leichter in deinen Alltag implementiert bekommst. Und genau das habe ich auch getan, jedes Mal, wenn ich mit meiner ersten Working Session im Vormittag fertig bin, also so 10.30 Uhr, meditiere ich für 10 Minuten und das direkt neben meinem Schreibtisch. Hat unglaublich gut funktioniert, diese neue Gewohnheit zu implementieren. Das bedeutet, wenn du eine neue Routine wirklich etablieren willst und in deinen Alltag bekommen willst, brauchst du sie einen Tag, ein Datum und einen Ort. Wenn du bis hierhin aus dem Video schon etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen, um den YouTube-Algorithmus etwas anzukurbeln. Und jetzt springen wir direkt in Learning Nummer 4 rein. Das größte Problem an neuen Routinen ist häufig, dass wir uns viel zu viel direkt vornehmen. Und ich glaube, ich kann das beste Beispiel liefern, denn am Anfang des Jahres habe ich mir vorgenommen, dass ich direkt 50 Liegestütze wieder pro Tag mache. Und für einen Profi hört sich das natürlich nicht nach viel an. Für mich alten Sportmuffel ist das verdammt viel. Wie schnell habe ich es dann durchgezogen? Die ersten zwei Wochen überhaupt nicht, weil ich jedes Mal dachte, oh man, jetzt 50 Liegestütze auf gar keinen Fall. Und hier kommt die simple 2-Minuten-Regel aus dem Buch ins Spiel, sodass wir wirklich so Dinge, die wir uns vorgenommen haben, erst mal 2 Minuten lang machen. Das bedeutet, wenn ich jetzt Push-Ups machen will, dann starte ich einfach mal mit einer Push-Up vielleicht oder einer Liegestütze. Wenn ich meditieren will, starte ich einfach mal mit einer Minute. Wenn ich lesen will, jeden Abend, dann starte ich einfach mal mit einer Seite. Oder wenn ich zum Beispiel mit Yoga starten will, starte ich erstmal damit, dass ich nur die Yogamatte aus dem Schrank hole. Oder wenn ich laufen will, dann ziehe ich mir einfach nur meine Laufschuhe an. Und die Idee dahinter ist, dass wir natürlich so ein bisschen das Gehirn austricksen. Aber das bedeutet, wenn man dann zu viel Überwindung sozusagen hat, das Ganze wirklich komplett durchzuziehen, kann man auch wirklich erstmal nur seine Laufschuhe anziehen, 2 Minuten rausgehen und wieder reingehen und fertig. Sodass man wirklich so den ersten Schritt der Routine erfolgreich umgesetzt hat und dann nach und nach reinkommt. Ich selbst kann nur sagen, diese eine Liegestütze, die ich pro Tag gemacht habe, hat mir unglaublich geholfen, sodass ich wirklich heute zwar noch keine 50 mache, aber ich mich langsam in diese Richtung entwickle. Das bedeutet, wenn du eine neue Routine starten willst, starte am besten klein mit 2 Minuten. Nach seiner Baseballkarriere ist James Clear einem Fitnessstudio beigetreten und hatte die Chance, einem Elite-Coach Fragen zu stellen und hat unter anderem gefragt, was würdest du sagen, unterscheidet die Top-Athleten von allen anderen Menschen. Und der Elite-Coach hat alles Mögliche geantwortet, aber am Ende hat er gesagt, kommt es darauf an, wer einfach am meisten Langeweile in seinem Alltag aushält und die gleichen Übungen für mehrere Jahre Tag ein Tag ausmacht. Und das war ein unglaublich spannender Punkt, bei dem ich mich komplett erwischt gefühlt habe, denn das Problem ist, dass wenn wir Dinge jeden Tag machen, werden sie irgendwann zur Routine, der Kopf schaltet sozusagen auf Autopilot und es wird langweilig. Also ich habe selten jemanden erlebt, der wirklich begeistert zum Beispiel seine Zähne geputzt hat. Und das bedeutet, die größte Gefahr, auch unternehmerisch, ist gar nicht, dass man irgendwie scheitert oder Fehler macht, sondern dass man irgendwann von den wichtigen Aufgaben einfach gelangweilt ist. Und da habe ich mich wirklich komplett erwischt, weil ich auch in den letzten Jahren immer wieder, nachdem ich etwas geknackt habe und ich es einfach immer weiter hätte machen müssen, weil es wichtig ist, immer auf neue Themen gesprungen bin. Und das bedeutet, zusammengefasst ist wirklich der Feind eigentlich nicht, dass du am Ende irgendwie einen Fehler machst oder irgendwie scheiterst, sondern der Feind ist wirklich, dass man immer wieder in neue Aktivitäten springt, die irgendwie spannender sind und dass man die Dinge, die wirklich langweilig sind, aber wichtig sind, dass man die nicht am Ende durchzieht. Das bedeutet, wenn du wirklich egal in deinem Leben was erreichen willst, musst du langweilige Aufgaben lieben lernen. Das Ding ist, selbst wenn du die Sachen aus Atomic Habits wirklich perfekt umsetzt, hast du immer noch ein großes Problem und zwar, dir fehlt die richtige Strategie für das Wachstum deines Unternehmens und vielleicht auch die Strategie, um mit deinem Unternehmen zu skalieren. Das Ding ist, ich habe gerade ein Video dazu aufgenommen, wo ich dir ganz genau zeige, wie du diese Strategie nicht nur entwickeln kannst, sondern auch innerhalb von wenigen Wochen implementieren kannst. Wenn du also mit deinem Unternehmen wachsen willst und auch leichter an Kunden kommen willst, dann sieh dir unbedingt das Video jetzt an als nächstes, weil dort alles drin ist, was du dafür brauchst.